Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute haben wir tatsächlich Informationen über etwas, was ich in Call of Duty so gut wie nie anfasse, nie angucke und mich bisher auch selten dafür interessiert habe. Call of Duty Zombie. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, Shappy, das ist ein geiler Modus und wisst ihr was Leute, ich bin ja bei euch. Ich bin ja bei euch, bitte rastet nicht aus. Ich war bisher einfach noch nie ein großer Zombie Fan. Ich bin eher der Fan von anderen Leuten in den Kopfballern, also in Game natürlich. Aber Black Ops Cold War Zombies zum Beispiel habe ich sogar Waffenklassen komplett hochgelevelt und Tarnung gemacht, weil ich das Fun fand und das war eine Wette, die ich verloren habe und ich habe sie irgendwann spät eingelöst. Cold War Zombies war eine coole Zombie-Erfahrung, die mir wirklich gefallen hat und jetzt die letzten drei Tage haben wir über Charlie Intel super viele Insights bekommen für Black Ops 6 Zombies. Also die ganzen Fragen, die man vorher hatte, ist es diesmal endlich wieder rundenbasiert, wie wird es aussehen, was für Zombies wird es geben, was für Fortschritte wird es geben. Weil die letzten Jahre war Zombies immer so ein, wie so eine Synus-Kurve würde ich es jetzt mal nennen. Es ging auf, es ging bergab, es war mal besser, es war mal schlechter. Dieses Jahr in MV3 Zombies war ja mal ganz anders, auf der Warzone-Karte im Prinzip, hat meiner Meinung nach mit den Treyarch-Entverantwortlichen auch sehr gut angefangen. Dann so bei der Season 3 haben sie die Treyarch-Verantwortlichen zu Black Ops 6 geschoben und haben Sledgehammer-Leute Zombies weitermachen lassen. Das Ergebnis war, dass plötzlich kaum noch Content kam und Zombies so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und Treyarch und Zombies, das passt einfach. Und das, was wir gesehen haben und das, was wir bei COD Next sehen werden und das, was ihr bekommt, gebe ich euch jetzt. Das, was im Hintergrund für euch läuft, ist ein 17-Minuten-Gameplay, was wir im Prinzip von Charlie Intel und Treyarch und Activision bekommen haben, wo man schon mal so einen ersten Einblick bekommen kann. Das Ganze wird wieder basierend sein auf vier Main-Charakteren. Ihr könnt andere Charaktere nehmen, aber eins der Hauptaugenmerke ist laut dem Senior-Death-Lead-Designer, was für eine Bezeichnung, dass, wenn ihr diese vier Charaktere zusammen habt, die auch in den Zombie-Runden miteinander interagieren, was für viele, die bei Zombies so ein bisschen eine Story darauf ausbauen, und es ist ja eine Story, durchaus gefallen dürfte. Wir haben unsere Main-Charaktere teilweise aus der Cold War-Zeit wieder und vieles von dem, was man in dem Gameplay sieht, sieht für mich auch sehr wie Cold War Zombies aus, was meiner Meinung nach Sinn macht, weil es ist ein Treyarch-COD, es ist ein Black-Op-COD und Cold War war ein Black-Op-COD. Und B, ich persönlich finde, als Nicht-Zombie, was heißt Fan, aber Nicht-Zombie-Fanatiker, so wie viele von euch, was okay ist, dass Cold War Zombies selbst für ein Casual, für mich, der bei Zombies absoluter Anfänger ist, wirklich fun gemacht hat, interessant aussah und durchaus ein paar Spielstunden gebracht hat. Das Ganze, ihr könnt natürlich auch andere Charaktere nehmen bei Zombies, macht aber dann eben ein bisschen, naja, weniger Fun, kann man sagen, die Charaktere interagieren nicht so sehr miteinander. Bei dem Ganzen müsst ihr eins bedenken, es gibt ganz, ganz viele Fortschritte, die ihr euch seit Jahren im Prinzip gewünscht habt. Ihr könnt euren Progress in den Solo-Runden speichern, später wiederkommen und genau dort weitermachen. Ihr müsst also nicht grinden, 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 könnt nicht mehr auf Klo gehen, könnt nicht mehr essen gehen, trinken gehen, einkaufen gehen, schlafen gehen. Diese Möglichkeit wird euch ab sofort gegeben. Das heißt, ihr könnt Zombierunden anfangen, macht bei Level 90 Pause, kommt einen halben Tag später wieder und könnt direkt da weitermachen. Wenn ihr einen Kumpel habt, der gerade in der Zombierunde ist und in seiner Zombierunde ist Platz, habt ihr die Möglichkeit, in diese laufende Zombierunde reinzugleiden. Das ist das Zeichen für reinleiden. Das heißt, selbst wenn ihr Solo angefangen habt oder mit anderen oder da ist jemand rausgegangen, kann ein anderer, ein Kumpel von euch, in diese Runde rein und bei euch weitermachen. Was ziemlich cool ist, weil manchmal fängt man ja auch mit dem Dudden an und dann kommt irgendeiner dazu nach einer halben Stunde und wenn ihr sagt, ja, ich habe noch 168 Level Zombie vor mir, dann sitzt der da. Das heißt, auch hier großer Schritt nach vorne, den ich persönlich sehr cool finde, weil Zombies, habe ich festgestellt, ist Hauptaugenmerk zusammen. Also es gibt natürlich auch Solospieler, aber Hauptaugenmerk Zombies, was ich bisher immer gesehen habe, war alle zusammen, alle wollen zusammen Spaß haben, alle wollen zusammen die Missionen machen, die Main Quest, die Easter Eggs, die Side Quest. Was ihr auch machen könnt, endlich ist, wenn ihr aus der Zombierunde rausfliegt, weil Death Error, Disconnect, Internet verkackt, eure Mutter es ausgerastet hat, euren PC aus dem Fenster geworfen, es wird Backup-Punkte geben. Das heißt, so nah wie möglich an diesem Disconnect wird euer Game euch ein Backup machen und ihr könnt an diesem Backup-Punkt, was dann eine Runde vorher ist, zwei, drei, wird man sehen müssen, wieder weitermachen. Das heißt, euer Progress ist nicht mehr weg und wenn das Game abstürzt, ist nicht mehr alles vorbei. Ihr werdet ein neues Perk bekommen, was euer Nahkampf verbessert. Ihr werdet eine Spritze bekommen, mit dem ihr euch selber in einen Mangler verwandeln könnt, wo ich jetzt nicht ganz weiß, ob das dann so temporär ist. Ich gehe jetzt mal fest davon aus. Ihr könnt insgesamt bis zu drei Kaugummis im Inventar halten, was ziemlich cool ist, und sie einsetzen auch. Das heißt, ihr könnt sie nicht nur sammeln, sondern auch aktiv in der Runde nutzen. Und eins der coolsten Sachen an dem Ganzen ist, ihr habt ein anpassbares Hood, also Heads-Up-Display. So wie das im Multiplayer ja auch sein wird, wo ihr eure Minimap verschieben könnt, eure Muni-Anzeige und sonstige Sachen, wo man ja frei entscheiden kann, soll es gewisse Presets am Anfang von Black Ops 6 geben, wo ihr dann in Zombies eins dieser Presets für euch auswählen könnt. Und mit der Zeit sollen weitere neue Presets dazukommen, bis zu dem Punkt, wo ihr dann irgendwann, ist jetzt aktuell noch ein leeres Versprechen, mal gucken, ob es so umgesetzt wird, wo ihr dann entscheiden könnt, komplett wie euer HOD aussehen soll. Für jeden, der super viel Zombies spielt, mit Sicherheit cool, weil man nicht alle Informationen braucht, die das Game einem jedes Mal auf dem Display haut. Eine Sache, die ich ganz interessant fand, war, dass Treyarch darin gesagt hat, in so einem 2 Minuten 50 Interview, dass prozentual weniger Spieler die Main Quest tatsächlich durchgezogen haben, als man eigentlich vermutet hat. Und da gehen sie jetzt auch wieder aktiv drauf an. Am Anfang vom Release von Black Ops 6 werdet ihr einen Standard bekommen für die Main Quest. Das bedeutet, ihr müsst alles selber finden, die Sidequests machen, die Easter Eggs und ihr bekommt bestimmte Rewards, also Belohnung dafür. Später, nach ein paar Wochen, wird es Guided Missions sozusagen geben. Das Game wird euch also helfen, durchzukommen mit Hinweisen, mit vielleicht unterstützenden Geldzahlungen, ich weiß es nicht, ohne Sidequests dabei, die bleiben dann raus und ihr macht dann eben Progression, Runde für Runde für Runde, Step für Step für Step, aber eben unterstützt, ohne den Hardcore-basierten Fokus auf der Main Quest mit Easter Eggs und allem, was dazu kommt. Ihr werdet unter anderem spezielle Waffenbaupläne markieren können und diese Waffenbaupläne könnt ihr komplett an den Wänden dann, wie man das halt von Zombies kennt, auch direkt kaufen können. Was bedeutet, dass ihr sehr, sehr genau entscheiden könnt, was ihr wie, wo haben wollt. Ihr könnt mit einem Loadout beginnen in Zombies, ihr könnt alternativ aber auch mit einer Pistole beginnen. Hierbei muss man aber bedenken, dass der gesamte Fokus von Black Ops 6 Zombies, so wie es für mich bisher aussah und ich es verstanden habe und ich habe meinen Discord gefragt, weil die wissen es besser als ich, dass der Fokus auf Loadout-Starts läuft. Das heißt, ihr könnt es mit einer Pistole machen, selbstverständlich, wird dann eben etwas mehr Hardcore oder etwas mehr herausfordernd, gehe ich mal von aus, aber ihr seid eben nicht darauf begrenzt und das war anscheinend der Community bei Zombies super wichtig. Eins der wichtigsten Sachen ist, wir haben ja dieses Jahr tatsächlich oder wir kriegen ja dieses Jahr tatsächlich einen Prestige-Modus. Gott sei Dank, vielen Dank, Treyarch. Wir warten seit sechs Jahren darauf. Der Prestige-Modus wird sich auch auf den Zombie-Modus auswirken. Das bedeutet, alle eure Waffenlevel, all eure Prestige-Settings werden vom Multiplayer zu Warzone, zum Multiplayer zurück, zu Zombies gelten. Prestiget ihr also im Multiplayer, werdet ihr auch mit den Waffen anfangen müssen, die ihr dann nur noch zur Verfügung habt. Das gilt genauso für Zombies wie für den Multiplayer. Und dann noch zwei Sachen, die vielleicht interessant für euch sind, zum COD Next Event, was am 28.08. beginnt, in 18 Tagen also, wird weiteres Gameplay von Zombies gezeigt und das ist aktuell ein Gerücht, was ich nicht bestätigen kann. Es wird überlegt, ob ihr zu der Black Ops 6 Beta, die wir ja bekommen, zwei Tage später, ab 30. August, für alle Vorbesteller halt und danach dann für ein paar Tage nicht Vorbesteller auf allen Plattformen, eine Zombie-Beta bekommt. Eine Zombie-Beta, die ihr dann auch aktiv tatsächlich spielen könnt. Ob das dann 10 Runden sind oder 15 Runden auf Terminus oder ich weiß es nicht. Aber das ist wohl eine Idee, die man aktuell hat, um eben noch mehr Leute von Zombies zu überzeugen. Weil, so wie es aussieht, war die Bewertung von Modern Warfare 3 Zombies ganz okay. Aber Treyarch kocht da im Hintergrund und hat Bock, ein sehr, sehr geiles Zombie-Erlebnis für euch alle rauszubringen. Jetzt bin ich persönlich natürlich kein absoluter Zombie-Freak-Fan und war es auch noch nie und wird es wohl auch nie sein. Aber bei all diesen Informationen habe ich gedacht, das gebe ich allen den Zombie-Fans auf diesem Kanal mit und frage jeden Einzelnen. Habt ihr Bock auf Black Ops 6 Zombies? Wenn ja, auf was freut ihr euch am meisten? Was wünscht ihr euch? Warum hast du noch kein Like dagelassen? Und warum lässt du nicht einfach ein Abo da? Leute!